Grüß euch wieder vom Stubauer Gletscher. Platz genug. Was soll man da sagen bei den Verhältnissen? Wir haben super griffige Naturschneebüßen. Wir haben die Anlagen offen. Die Büßen sind offen von der Bergstation, also von der Höchststation bis in das Tal. Die Wilde Grube ist offen, der Fernauweg ist offen. Also man hat wirklich Platz zum Skifahren. Es ist einfach ideal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017